Ja, es geht voran. Hast du jetzt schneller gemacht? Nein. Das seh ich doch. Ich wollte es nur mal kurz testen, ob es auch funktioniert. Ja, funktioniert. Du kannst ruhig machen mal. Das ist nichts so schlimm. Ja, passt hier gerade auch. Naja, ich hab zwar... Ich kann gerade gar nichts machen. Du musst einfach nur warten, bis ich wieder Geld hab. Wie ist deine Zufriedenheit? Zufriedenheit passt. Willst du den Wert hören? Ja, erzähle deinen Wert. 68. 41. Wie viel Burger hast du? 82. Ganz prächtig, alter Freund. Sie haben seiner Majestät Nahrung geliefert. Du? Ich hab 94. Wie viel Geld? 4000. Ja, dann bau doch. Du glaubst ja nicht. Ja, aber ich weiß nicht genau, was für mich jetzt gut sein könnte, um die Zufriedenheit zu steigern. Weil ich hab doch alles jetzt schon gebaut. Ich hab ne Kirche, ich hab einen kleinen Laden, ich hab ne Bibliothek, ein Leuchtturm. Hast du Wachtürme? Ja, ich hab drei Stück. Wie viele Wachtürme soll ich denn noch bauen? Fünf. Wieso fünf? Ne, vier hab ich. Sorry. Keine Ahnung, bau halt irgendwas. Ja, mach ich doch. Mau mal ne Fabrik hier. Ja, ja, bau du deine Fabrik, ey. Wie Gewerk. Kann ich alles noch nicht bauen. So. So. Seine königliche Majestät hat mir aufgetragen, Ihnen dieses anerkennen. Wir haben soeben herausgefunden. So, ähm, ja. Hier. Und haben wir hier Manager irgendwie. Jaja, einstellen. Und, ähm, dann werde ich hier noch ein Manager einstellen. Macht das so ne großen Auswirkungen bezüglich, ähm, wie die ja, eingestellt sind. Ja. Gucken, was hier am besten kann. Großartige Neuigkeiten. Boah, wieder langsamer, ne? Ja. So. Gucken wir mal. In den nächsten 60 Monaten kann ich meine Verfassung nicht ändern. Warum? Weil ich gerade aus Versehen in das Fenster weggeklickt habe und bestätigt habe. seahte, ohnehin. Es sind fünf verschissene Jahre. so ich hatte jetzt irgendwie ich habe jetzt minus ich kann jetzt nichts mehr machen also ich will auch nichts machen um hier irgendwie noch weiter ins minus zu kommen ich habe 39 prozent nahrung unterhaltung dann gucke ich mal hier arbeitskräfte verfügbare jobs 4 obdachlose 28 obdachlose ist es viel ja bei 130 glaube ich dann offene stellen sechs arbeitslose menschen obdachlos 11 ist doch ein bisschen mehr was denn hier das scheiß sägewerke hier ist es doch was da glaube ich weniger häuser oder da hast du auch deutlich weniger ich habe ja schon zwei willen hier stehen zwei willen export von weiß weiß habe ich baumwolle ach so ich habe ja auch noch einen handel ich habe ja noch export warum kann ich alles nicht exportiert hat mir aufgetragen ihnen dieses an auch konserven da folge im namen des königreichs so wenn wir noch mal ein paar hässchen welche oben meine villa hinsetzen bam ich muss meine schulden reduzieren wie fast 20.000 hatte ich boah ich habe 6.800 ja ich habe heute mal eine unabhängigkeit erkauft wir haben eine bahnbrechende erfindung gemacht echt so war heftig aber daher kamen meine schulden jetzt 10.000 schulden exportieren sind zigarren ja würde ich ja gerne aber ich kann keine fabrik bauen so schön wie das alles läuft und die dampfer ankommen kommen bei dir schon moderne ich habe 36 prozent er war seine majestät hat dem freudenfeuer mit großer begeisterung zugesehen so groß war seine begeisterung dass er ein noch größeres freudenfeuer entfachen will seine majestät hat dem freudenfeuer mit großer begeisterung zugesehen so groß war seine begeisterung dass er ein noch größeres freudenfeuer entfachen will so ich soll 10.000 planken exportieren naja gut 13 bürger sind in meine stadt gekommen ich verstehe nicht warum bei mir immer so scheiße alles läuft verstehst du das musik was warum ist bei mir mal haben etwas ganz ich habe einen neuen nachkommen echt bis fahrer bei dir weil das heißt ich spiele auch weiter nicht muss jetzt hier musste wohl da musst du wohl durchhalten so mal vorschung gucken ich weiß jetzt auch nicht genau was ich jetzt bauen soll gut ich habe jetzt noch ein bisschen geld bekommen ist halt diese probleme dass ich halt nicht so aufgestiegen bin ich habe hier so alles eine kirsche 70 prozent zufriedenheit ey was machst du denn ich habe doch nichts anderes wie du wahl gewonnen schulden sind auch weg ey ich habe doch nichts anderes wie du in meiner stadt was ist da nun anders alter meine schulden sind weg und ich habe plötzlich 17.000 auf dem konto wo kommen die her ey blöd man warum hast du denn so viel besser wie ich weiß es nicht das ist doch ein fehler vom spiel das kann doch nicht sein die sieht genauso aus wie deine stadt ich habe 36 prozent hast du hier irgendwie bei verfassung irgendwas gemacht oder nein ich kann hier nicht ändern gerade ich habe ja noch hier dieses ding ans gedürnt hast du hier irgendwie bei den verordnungen irgendwas gemacht noch nicht kann doch nicht wahr sein das ist doch das ist doch sheet das ist doch nicht normal das ist doch scheiße ich mache jetzt gleiche wie du und dann will mich das spiel hier verarschen oder was ich habe eine kirche ich habe eine klinik ich baue gerade eine polizeiwache eine klinik hast du ich baue eine zeitung ja kann ich ja noch alles bauen man ey das ist doch schon wieder scheiße hier da werde ich schon wieder richtig abkotzen hier kann ich mal ein maschinengewehr auf meine wachtürme bauen wir die anführer der reich ich einfach geld überhaupt leck mich am arsch ja 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 Vielen Dank.